Hallo, heute pimpen wir mal ein neues iPhone, und zwar ein iPhone 5, original verpackt, und das möchte ich natürlich passend zu meinen Schuhen machen, mit diesem Cover, hier sieht man es, just do it, naja, ich hoffe es funktioniert, schaut zu, und viel Spaß. Vielen Dank. Ja, hier ist das gute Stück. Ganz neu. Perfekt. Hier ist die Hülle. Schauen wir mal, ob wir die aufkühlen. So, aha. Also es ist weiches Silikon. Just do it. Und erst wusch drauf. Vom Format schaut es auf jeden Fall passend aus. Vom Format schaut es auf jeden Fall passend aus. Hier das Jungfrau. Ein freilicher iPhone 5. Ja, schauen wir mal, ob es hineinpasst. Ja, könnte was werden. Tatsächlich. So, weißes iPhone. Mit schwarzer Just do it Schutzfolie. Oder ein Bumper. Entschuldigung, der richtige Name ist ja ein Bumper. Genau. So, und jetzt passt die Sache auch sehr gut zu meinen Schuhen. Gucken wir uns alles nochmal an. iPhone 5. Und die Schuhe. Tja, ich finde es gut. Die Uhr passt natürlich auch dazu. Perfekt. Also wenn ihr das Ding auch haben wollt. Im Internet gibt es das wohl für, naja, sagen wir mal 20 Euro zu kaufen. Viel Spaß und tschüss. Tja, ich habe die Chance. Jetzt kommt ihn drauf. Aufmerksamkeit aus dem haufen. Vielen Dank.